Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass mal so eine Frage kommt. Ah, ich habe meinen Höllen-Eingang gefunden. So, wollen wir doch ein bisschen Stein wieder abbauen. Achso, TSIP. Achso. Ja, das ist ja gut, wenn der noch aktuell ist und so, dann... Ich glaube, ich habe den eigentlich auch so eingestellt, weil der letzte war einmal kurz, äh, ja, der war natürlich irgendwann weg, sozusagen. Aber dann ist ja gut. Ja, mit Starstable weiß ich ja nun mal, weil, äh, also ich bin, ich bin ja kein... Ja, richtig, ich habe natürlich schon mal Starstable gespielt, das ist richtig. Ähm, danke schön. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, so da halt eben... Ich bin ja kein Star-Rider. Ich bin, habe das... Also, wenn man das erste Mal spielt oder so, hat man ja bis Level 5 oder so, konnte man ja spielen, umsonnt. Und jetzt müsste ich mir das Spiel kaufen. Ähm, würde es auch irgendwie voll gern, aber irgendwie im Moment habe ich auch irgendwie gar nicht so die Zeit und auch im Moment auch gar nicht so die Lust irgendwie auf Starstable. Auch wenn das Spiel eigentlich voll viel Spaß macht. Aber, ja... Ja, eher mal mache ich, würde ich mal vielleicht ein Live-Stream in den 48 Stunden. Äh, 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 äh... Naja, da bist du aber noch sehr jung, ne, also mit 16 Jahren sich Alzen nennen, das finde ich aber, ne... Also, ich bin ja so 25 bis 30 Jahre alt und habe am Montag Geburtstag. Juhu, dann bin ich noch dichter an der 30 dran. Naja... Aber ich backe doch gar nicht, mache doch Let's Plays, da kann ich doch nicht Kekse backen. Ja, genau. Warum macht ihr alle um diese Uhrzeit noch alle Kekse? Äh, äh, ich weiß gar nicht gerade, wie ich auf LOL heiße, muss ich dir ganz ehrlich gerade sagen. Ja, ich bin sehr produktiv. Echt? Zweifacher Onkel schon. Respekt. Ich noch nicht. Äh, also, äh, Tante. Ah! Ah! So, ich musste nur mal eben kurz sagen, dass er an mein Handy gehen soll, mein Freund. Da jemand mich anruft. Und wahrscheinlich der Hufschmied oder so. Aber ich kann ja gerade nicht. So, ich glaube, das sollte eigentlich reichen an Stein. Erstmal. Ah! Es reicht nie so viel! Ah! Ich glaube, ich habe irgendwo festgehangen. Wer ist ein Mann? Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Das weiß ich. Äh, achso, ja, wir können ja erstmal wieder schlafen gehen. Lalalala. Lalalala. Okay. Ja, dann hol dir mal was zu trinken. Bringst du mir dann auch was mit? Ich möchte auch was trinken. Ah ja, genau. Ich muss ja hier bauen. Zack. Zack. Der bleibt wieder frei. Und dann so. Dann kommst du hier oben rauf. Und das. Und so. Okay. Ah. Und so. Ah. Mal mit dem Krankenwagen von der Schule. Warum denn das? Das ist aber echt schon nicht schön eigentlich. Diese Grillen, ne? Die machen auch irgendwie ein Vogel-Licht. So. Äh. Äh. Eigentlich könnte ich mir. Mal eben kurz. eine Achse bauen. Ups. Hier. Aber bist du nicht schon dafür noch ein bisschen zu jung? Und? Oder ist es... Es ist ein... Toll. Toll. Jetzt halten wir noch mal eine Spitzhacke. Ich wollte doch das gar nicht. Wollten wir doch... Wollten wir doch hier sowas kraften. Mal weg hier. Jetzt darf ich hier nochmal sowas bauen. Ähm. Nichts Schlimmes. Man kollabiert das so. Okay. Oh. Okay. Hier ist es ja nicht so schön. Das ist ja wirklich nicht schön. So. Mal ein paar mehr hier gemacht gleich. Mal ein paar mehr hier gemacht gleich. Lalalala. Ich geh Bäume fällen. Ich geh Bäume fällen. Ich mein die... die Let's Play Gucker nachher, ne. Ich mein die haben es ja wiederum schöner, ne. Ich mein die haben dann wieder Musik. Oder ich pack einfach auch keine Musik drunter. Ich mein die musste das jetzt ja auch ohne aushalten, ne. Mal haben die auch da Pech. Ja wie gesagt, also je nachdem wie viele Leute nachher noch da sind, so lange geht auch noch der Stream. Ansonsten einfach wieder reingucken. Vielleicht bin ich dann noch da oder leider dann nicht mehr. Das weiß ich natürlich. Warum schubst eigentlich denn deine Freunde dich immer? Das ist doch eigentlich nicht schön, oder? Ja. 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 Oha, um 8 Uhr. Und das auf den Samstag. Oh Mann, oh Mann. Aber tröste dich, ich auch. Ich muss auch morgen schon wieder so früh hoch. Deswegen spielen wir jetzt einfach bis um 8 Uhr durch und dann bin ich dann fit für morgen. Oh, das ist doch lustig. Ich glaube, es gibt keine Keksbaum-Mod. Ja, obwohl ich habe mit meiner Freundin meistens aber auch mal ganz, ganz viel, also dass wir uns öfters aus Spaß oder so beleidigt haben oder so. Das kann ich auch noch. Also die Freundinnen, die ich manchmal hatte dann. Da es ja doch nicht so wirklich viele waren. Da ich ja doch mehr mit den Jungs immer unterwegs war. Weil ich damals nicht so viel, also mit den Mädchen nicht so viel zu tun haben wollte. Ich weiß auch nicht. War immer so langweilig. Wir wollten immer so viel Mädchen kramen. Hey, das ist doch toll. Die schlimmste Klasse der Welt. Juhu. Zum Vokal hätte ich auch gern. Sehr schön. Ach, eigentlich gar nicht so wirklich viel. Du hast, du hast eigentlich nicht so... Außer, dass ich jetzt hier mein Haus baue und doch nicht mehr herumlaufen möchte. Und dass ich, äh, ja, morgen um 8 Uhr wieder aufstehen darf. Weil ich da einen Termin habe. Okay, ähm, so. Dann habe ich jetzt eigentlich auch Holz. Für mein Haus. Was ist denn jetzt auf einmal mit Scheiße hier, hä? Echt? Wieso beste Qualität? Ist doch gut, weil ich beste Qualität habe, oder nicht? Oh, okay. Ah. Ja, dann, wenn dir die Qualität nicht gefällt, oder so, dann kannst du auch gerne gehen. Also, ich bin da nicht so, ne? Also, ich bin mal mit meinem Pferd auf Turniere gegangen. Aber, im Moment, ähm, ja. Hab, komm, komm ich gar nicht mehr dazu. Und ich möchte es auch irgendwie auch gar nicht mehr so. Ja, wie gesagt, dann bitte da oben ist ein X bei YouTube. Hi, 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 pass. Ja, dann darfst du auch gerne gehen, ey. Ganz, ganz im Ernst, sowas, äh, gönne ich mir hier nicht. Und ich gehe gar nicht mehr zur Schule. So, bad. Ich wollte nur auch mal was dazu sagen. So, jetzt brauche ich Glas. Ich kann mir kein Keksglas kraften. So, jetzt brauche ich Glas.